Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge The Fouls. Ja wir waren stehen geblieben in diesen Wald zu bauen. Das werde ich jetzt noch zu Ende bauen aber ich werde hier noch irgendwie eine Tür einbauen deswegen werde ich das hier das passt perfekt dann kommt hier so eine Falle hin hier vorne kommt so eine Falle hin habe ich mir so gedacht ja und jetzt müssen wir erst mal müssen wir hier jetzt noch mehr Holz holen und irgendwie habe ich jetzt schon wieder keine Kraft. So sauf ich noch mal hier alles aber das hat auch nichts gebracht somit müssen wir erst mal was essen hier. Ach ich habe hier noch was drauf. So jetzt kann es auch losgehen. Ja hier ist ein bisschen schlecht abzuholzen weil die Bäume fallen dann hier runter. Ich versuche es jetzt mal hier. Ich hoffe wir schaffen es noch etwas zur Dunkelheit. Glaube ich aber nicht weil es jetzt sehr schnell dunkel wird. Ja weil es schöner hin ja. So nehmen wir uns das mal mit hier. Und schon ist es dunkler geworden. Das ist natürlich scheiße. Aber was sollen wir machen ne. Wir müssen das ja irgendwie fertig kriegen hier. Meine kleine Base hier. Ja komm schlag doch schneller. So dunkel. Oh ja sehr gut sehr gut. Und diese Richtung ist natürlich sehr 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 gut. Na dann kriegen wir das hier auch schnell fertig. Da ist noch ein Schubschild aber das hole ich mir gleich. Oh ja sieht schon besser aus. So meine Panzer rum. Danke. So bisschen mehr gepanzert hier. Falls diese Einwohner schon wiederkommen und mich dann müssen wir auch noch mal gucken. Wenn wir aber diese Base hier fertig haben. Das ist perfekter. Oh Gott. Komm schneller. Boah. Nee der Teer will da runter. Nein. Nein. Ah hier haben wir noch ein paar. Nicht so schlimm. Das ist aber nicht so viel Ausdauer. Hatte das Regen scharf. So eins. Hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Und schnell wieder hoch. Abheben. Vielleicht auch nah ein Mal. Nicht so viel Du bist gut liberated. haul defekten und Fur subscriber. Ja cool. Ist doch unterm restore. Okay, ich bin voll. Ok, hier haben wir noch einen Stamm, wo haben wir noch einen? Das war es glaube ich schon, und ich sehe schon wieder, da kommen die scheiße U-Einwohner. Ich muss mich unbedingt verstecken hier. Aber ich brauche noch mehr Rüstung, tut mir leid. So, Hälfte ist voll, wir brauchen aber noch mehr Rüstung. Wo seid ihr denn, ihr Echsen? Bexen. Versuchen wir noch ein paar Echsen zu suchen. Ja, die haben sich jetzt versteckt. Wir hätten da oben noch einen Wald, aber da hin zu laufen ist bisschen scheiße. Weil hier bist du ja, mein Stimme Echse. So, greifen sie jetzt an oder greifen sie jetzt nicht an? Da rennt schon mal einer, da kommt der Nächste hinterher. Der eine hat noch eine Taschenlamm in der Hand. Vielleicht verhalten wir uns jetzt einfach ruhig, dann kommen sie auch nicht hierher. Ich habe ja auch kein Feuer, also können sie mich überhaupt nicht sehen. Aber ich denke mal, ich gehe kurz schlafen. Ich gehe mal schnell. Oh, warte. Dann brauchst du noch mehr. Ach doch, ist Feuer. Ich werde jetzt mal was essen. So, C. Und ich werde nochmal schnell speichern. Ne, ich werde speichern erstmal. Schlotz 1. So, Z. Oh, schönen guten Tag wieder. Ist mein Essen schon fertig? So, wir brauchen nur noch dieses Stückchen zu machen. Dann ist der Wal schon mal fertig. Sehr, sehr schön dann. Ich hoffe, die kommen nicht von oben, sonst habe ich ein sehr großes Problem. Aber ich glaube nicht. So, ich brauche noch was zu trinken, habe ich nicht. Okay. Können wir uns aber später noch bauen, wenn es dann regnet. Die sind noch hier irgendwo. Aber ist mir jetzt egal eigentlich. Wir werden jetzt nochmal diesen Baum hier fällen. Ein bisschen Fortschritt zu zeigen. Und dann habe ich gesehen, man kann sich nochmal treten und feiern und Drogen bauen. Das muss ich erstmal gucken, wie wir das machen. Nein, nein, nein. Okay. Ist es dein Ernst da unten? Dann lauf doch weiter. Den werde ich jetzt nicht töten. Weil er mich sonst verletzen kann oder so. Außerdem ist mir das egal, ob der da gegen die Wand rennt. Damit glaube ich mal nicht, dass noch mehr kommen, wenn der da die ganze Zeit gegen die Wand rennt. So. Das macht Spaß, ne? Ah, kann ich nicht glauben. Kann ich nicht glauben. So. Ja. Noch ein bisschen Holz hacken hier. Gute, 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 Putter. Gute, 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 Flutter. ja ist nicht mehr viel, ist nicht mehr, oh scheiße, ist rausgekommen oh, hau ab hier, meine Güte da hat er sich verletzt, da ist mega, sterb oh, ab durch die Steine, passt so, dieser Stamm hier wo bricht er denn ok ok schnack doch dahin mein Gott, du bist so behindert warum fällt er denn nicht der ist ja total behindert, oder? oh mein Gott ok, ich kann da durchlaufen ich glaub das ist ein Baum, der muss da stehen ja ok, die verziehen sich jetzt auch wieder sind die schon weit weg sind die weg, gut so, jetzt werde ich den hier noch fällen ja 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 kurz nachladen, Energie ist schon wieder sehr schwach so ich glaub ich tue erstmal einfach hier so raunchen hier tun sie nicht weg wollen genau das ist gut ja meine Freunde, jetzt kommen wir aber wieder zum Ende des Videos wenn euch das Video gefallen hat dann lasst doch einen Daumen nach oben kommentieren und abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns bis zum nächsten Video haut rein ok 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 ok